Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Geschwister, der heilige Monat Ramadan ist nun beendet. Möge Allah SWT alle unsere guten Taten annehmen und uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah SWT in dem gesegneten Monat von Ramadan unsere Gebete, unsere Bittgebete, unser Fasten annehmen. An dieser Stelle wünsche ich euch und euren Familien Eid Mubarak. Auch von mir, liebe Geschwister, Eid Mubarak, Allah möge eure ganzen Handlungen, eure Gebete, euer Fasten, eure Dua annehmen und euch reichlich belohnen, dass ihr diesen Monat Ramadan genutzt habt, um sein Wohlgefallen zu erreichen. Ich hoffe, dass wir den Monat Ramadan in vollen Zügen ausgenutzt haben und Allah SWT in diesem Monat ein großes Stück näher gekommen sind. Eid Mubarak, meine lieben Geschwister, möge Allah, der Erhabene, euer Fasten annehmen und möge Allah SWT euch und euren Familien ein gesegnetes Fest bescheren. Und vergesst auch nicht unsere konvertierten Geschwister, die vielleicht nicht so viel Familie haben, mit denen sie diese wunderschönen Tage verbringen können. Besucht auch sie und macht ihnen eine schöne Zeit. threads Zoom versus und und bis um